Es war total einfach, also es war 5 gegen 2 oder 4 gegen 2 an dem Tag und dabei so viel Spaß zu haben, wie ich das hatte. Ich war noch nie in Disneyland, aber ich denke, wäre ich so ein 10-jähriger Junge und durfte da hingehen und ich darf mich acht Monate darauf hin freuen und dann passiert das, dann würde dieser Junge das, was ich in dem Moment gefühlt habe. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich. 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 Outro Outro